Auch wenn es natürlich ein wenig feucht heute war, haben wir jetzt genau zu diesem Zeitpunkt das richtige Wetter. Wir haben uns zu sehen, zu treffen und ich möchte mich gerne vorstellen. Carsten Knuck auch mein Name, ich bin der zweite Vorsitzende von dem Verein Parkhaus Litzewoo. Wir haben die große Freude, dieses Haus hier innerhalb des nächsten Jahres zu sanieren. Die jetzige Situation dieses Hauses hat uns... Die jetzige Situation des Hauses 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020